Servus Voltmusikfans! Es ist wieder Wochenende, das heißt es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heut bin ich komischerweise schon wieder im Salzkammergut. Ich fahre da jetzt jede Woche, aber das gefällt mir so. Heut habe ich Nachwuchskünstler da vor der Kamera und zwar ist das das Salzkammergut Schneidwind Trio. Grüß den Burschen. Servus. Geht's euch gut? Ja, wunderbar. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt für mich und für das Video. Schön, dass du gekommen bist. Auf dem weiten Weg nimmst du ein schönes Salzkammergut. Gerne, gerne. Ich glaube Richi, du bist der, der auf der Bühne auch so immer die Gassen offen hat, oder? Ja, der jüngste hat natürlich die Gassen offen. Der jüngste hat die Gassen offen. Dann der jüngste, der Richi am Bariton am Bass. Stell bitte mal deinen Truppen vor. Ich habe den Linken neben mir sitzen in Berrode aus Strobe, auf der Harmonika, super Zugspieler. Die ist 19 Jahre alt und sind immer da bis da. Und da bin ich so nebenbei Jager. Und da fahre ich auf der Gitarre noch in Luki aus Monsei. Ein ganz gescheiterer, weil wir ein Vermessungstechniker. Und ich, meiner Meinung nach, bin der arme Metzger. Ich bin der Metzger, der Richard und bin halt auf dem Bariton und auf dem E-Boss. Und du bist der jüngste mit 18 Jahren, oder? Ja. Das war ja die größte Gassen. Das ist ja die größte. Da muss man reden lassen, oder? Richi, jetzt erklär mir bitte die Entstehungsgeschichte von euren Trio. Er entstanden ist vor zwei Jahren. Fasching, Ischl, natürlich, Maschgera, sag ich mir auch. Da sind wir zusammengekommen, ganz geschmack beieinander auf dem Tisch, so wie da. Und ich kann den Rudi eh schon ein bisschen länger, aber auch gerade von Hören und von Sagen und von Musikspielen. Und dann sind wir einfach zusammengekommen. Und ich habe einmal schon eine Trio gesucht. So eine Tanzmusik-Trio. Und auf der Seite haben wir gar nicht gesagt, ja, dann machen wir nächste Woche eine Probe. Ah ja. Zur späteren Stunde ist das dann entstanden, oder? Wahrscheinlich, oder? Vielleicht schon, ja. Nach 24 Uhr. Aber nicht nach 24 Uhr. Nein, natürlich nicht. Und dann seid ihr zweit das erste Mal beieinander gewesen, oder? Oder habt ihr eine Woche später eine Probe gemacht? Eine Woche später haben wir eine Probe gehabt, da haben wir auch einen Gitarristen gehabt. Da war der Luky noch nicht dabei. Und oft sind wir da ein Jahrchen unterwegs gewesen. Und oft ist der Gitarristen gegangen. Oft haben wir Leute gesucht und dann haben wir den Luky, nicht beim Forschen, um die Zeit, ja. Aber haben wir den Luky auf einer Hochzeit kennengelernt. Und da hat es halt teilweise hängen geblieben. Luky, hast du da von den zwei schon vorher was gehört gehabt, oder war dir das ganz neu, was die machen? Also, einen hab ich schon mal gesehen. Also, die drei Malen vorsteigen waren das Jahr. Drei Mal so zusammengekommen. Leid ihr euch so mal vorsteigen? Ja, ja. Im Vorsteigen, im Vorsteigen kriegst du mir die besten Falle drauf. Ja, verstehe. Ja. Haben schon mal gesehen gehabt. Und dann ein anderes Mal eigentlich nochmal. Da haben wir oft einmal gespielt sogar. Ist zwar. Ja. Und zu dritt war es eigentlich das erste Mal auf einer Hochzeit, wo wir zusammengeholfen wieder mit Aushilfen und so und haben uns kennengelernt. Und so hat das eigentlich seinen Lauf genommen. Und das ist relativ schnell gegangen, dass du die Oberkreiner Gitarre gelernt hast, oder? Ja. Erzähl das einmal. Also, das war eigentlich die Hochzeit. Und da hab ich ein Gitarrspiel schon länger, aber Oberkreiner nicht so wirklich. Und da hat er mich nachgerufen, mir hab ich gleich helfen gehabt. Und da hab ich dir aber spielten ja Oberkreiner und so. Ja, da brauchst du ja einen Schlag und alles. Ich bin am Vortrag auf den Musikantenstammtisch gegangen. Und da hat mir der Letten Andy die Griffgeschwind gezeigt. Schönen Gruß. Schönen Gruß geht natürlich auch. Sie gehen hinaus. Das war ein paar Stunden vorher. Und am nächsten Tag haben wir das ein bisschen angewandt. Hat schon geklaut, oder? Und hat gleich gepasst, oder? Ja. Zwischen euch, auch zwischenmenschlich wahrscheinlich. Ja, das hast du gleich. Da sowieso. Was hast du denn vorher für Sachen auf der Gitarre gespielt? Alles ein wenig, was man selber lernt mit der Akkorde ein wenig. Country-Sachen, Rocker. Viel Faschen gemacht auf jeden Fall. So eine Zugbegleitung oder so hab ich noch gar nicht gemacht. Das ist alles im Zuge dessen keiner. Und das ist jetzt noch nicht einmal ein Jahr her? Nein, das war eigentlich auch heuer. Ich hab ein Umfaschungszeichen. Umfaschungszeichen, ganz einfach. Aber jetzt wollen die Leute da draußen mal was hören von euch. Was haben wir denn als erstes für ein Stück dabei? Ich glaub, du bist da an der Zürcher oder der Meister jetzt? Ich hätte gesagt, fahren wir zu Ort, oder? Ein schöner alter Obergreiner. Ja, was fahrt. Was fahrt, was fahrt. Was fahrt, was fahrt. Das ist alles gerade bei dem Lieber ausschauen. Ja. Nicht zugehen. Probieren wir es. Probieren wir es dann. Es haben wir gesagt, oder? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.